Moho mo Leute, hier ist wieder euer iLoveCookies und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungs-Info-Video. Und zwar, ich bin hier gerade im MW3-Hauptmenü, nicht wirklich Hauptmenü, Multiplayer-Menü und drücke ich auf Play und seht da, ich bin Level 1. Und zwar, Barracks sieht da alles auf Nullen. Also ich habe einen Account sozusagen halb geschenkt bekommen, nicht wirklich geschenkt bekommen, sondern ich mache was für ihn ein bisschen auf YouTube. Und der hat mir den Account dafür gegeben, da ich ein neues Projekt vorhabe. Und zwar, ja, ich werde halt livestreamen und so, dass ich jede Woche ein Prestige drücken kann. Also werde ich von Montags an livestreamen und alles muss im Livestream passiert werden, also aller Level. Und ich versuche dann halt, ja, in der Woche schon ein bisschen vorzuarbeiten und am Wochenende dann halt Endspurt, so dass ich das Prestige halt in der Woche noch erreiche. Und das ganze Projekt wird dann halt 20 Wochen, denke ich mal, dauern. Und so, dass ich halt jedes Wochenende Livestream werde. Jetzt ist alles auf Null, ihr seht es selbst. Und ich denke, ich fange heute so gegen 18 Uhr an, da ich noch Rasen mähen muss, etc. Und auch noch geiles Wetter dazu ist. Also heute so gegen 18, 19 Uhr fange ich, glaube ich, mal an. Und ja, ich werde das natürlich nochmal ankündigen. Auf jeden Fall, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Und ja, ich denke mal, da werde ich sowieso Mobs reißen und so weiter. Also, das soll es von mir gewesen sein. Also haut rein, Leute!